Dann bin ich dort, also. X1, hä? Soll er ein Schlüssel sein? Gedenkmünze. Meine Waffe ist hier unten auch noch. Sehr interessant. Q6, ein Ether, noch ein Gedenkmünze. Okay, Leute. Eins, zwei, drei. Willst du nicht? Wieder zu. Hier ist auch zu. Es kam von da drüben. Von hier, glaube ich. Jetzt muss ich mir was nachsehen. Unbedingt. Der Weg, wie ich ihn laufen soll, ist nicht hier eingezeichnet im Buch. Das ist sehr praktisch, aber gleichzeitig auch. Ah, verstehe. Okay. Da hole ich mir das dann. Da laufe ich dann so lang. Dann kann ich die Tür öffnen. Später kann ich dann dort lang. Verstehe. Gut, 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 gut. So, dann mal los. Das hat wehgetan, du Arsch. Das ist ja krass, dass ich auf sowas einbrechen kann. Finde ich aber gut gemacht. Perfekter Ort für den Hinterhalt. Oh, du recht hast. Ah, schon wieder sowas. Hätte ich gern, als ob man in der Kirche wäre, ehrlich gesagt. Das hält doch, oder? Wer weiß. Na nu, hier waren wir doch schon. Es geht zu weit. Tja, Ausrutscher. Dort, wo hast du das denn gelernt? Weiter geht's. Wir kommen beim Stream, die wir zugekommen sind. So, mal gucken, wie viel Fertigkeitspunkt da ich an. Die hat schon wieder 35. Was kann ich denn hier ausbauen sonst? Was ist nützbringendes? Nee, das brauche ich nicht. Nein, das brauche ich auch nicht. Das brauche ich auch nicht, noch nicht zumindest. Nein, das brauche ich auch noch nicht. Okay. Schau mal, verlängert dieses hier Effekte auch hin. Das hält. Nee, das brauche ich auch noch nicht. Was ist das hier? Warte muss, dass der Turm von Time beim Bob angegriffen auf jene Gegner nicht analysieren. Er hält den Flur doch entscheiden, wenn die Schwachstelle eines analysierten Gegners ausgenutzt wird. Hm, auch nicht schlecht. Aniesel mit Abby, Gegner Info schnell an. Hm, auch nicht schlecht. Was ist das hier? Für den Warte... Warten... Warte... Warte, bitte? Ich glaube, die Übersetzung ist hier ein bisschen falsch. Warte Balken, so es glaube ich heißen. Ah, bei der Magie vielleicht. Verleiht jedem den interessierten Sautor zusätzlich, bla bla bla. Ja, okay, das kann man später nutzen. Das ist leider zu teuer. Er hält die Energiemengen, die aus NMT-Quellen absorbiert werden. Ah, Mist. Heilung. Vielleicht darf es in Nutz bringen, dass Regenierentrapidier die LP, wenn Noctis, nach einem Punktwab an seiner Waffe hängt. Aha. Wer hat die Verderung als Gefährten, der aus einem kritischen Zustand gradet wird? Er hält die LP in der Pegneration und Deckung? Nee, ich gehe sowieso seit einer Entdeckung. Nee, da kann ich auch noch nichts gebrauchen. Zieht auf und kann es umgehen. Nee, lieber nicht. Das sei nicht, jemals. Ich schlieb den Kommando-Bolken auf, wenn Noctis ein Gegner trifft. Das gefällt mir schon besser. Das gefällt mir auch. Das gefällt mir auch. Also ich glaube, ich werde noch ein bisschen sparen, dann werde ich mir das gleich reinmachen. Willkommen beim Stream, die da zugekommen sind. Oh Gott, ich weiß gar nicht, wo ich lang muss. Jetzt muss ich nachgucken. Entschuldigung, jetzt muss ich auch mal nachgucken. Ich habe total vergessen, wo ich lang muss. So, ich bin einmal im Kreis gelaufen, habe alles mitgenommen, was es mitzunehmen gab. Und dann gehe ich kurz rechts und dann gehe ich links. Dann mal los. Dann mal los. Hier geht's nicht weiter. Ich hätte schwören können. Was zur Hölle? Stromausfall? Ja, wie sollen wir vorgehen? Wir machen es im Platz. Sehr gut. Du bist ja richtig in Fahrt. Kinderlacht. Schwierig, dunkel zu ziehen. Wie man das nicht anknipsen. Reicht eine Minute? Ich liebe mal Vanura. So bin ich halt. Vorwärts. Ob der Generator den Geist aufgegeben hat? Lass sich jetzt auch nicht ändern. Los, weiter. Hey. Nach rechts gehen oder geradeaus gehen? Das ist eine gute Frage. Die Frage werde ich mir einfach schnell selber beantworten. Wenn ich nach rechts gehe, kriege ich einen E-Term. Wenn ich nach links gehe. Nach rechts. Dann wir zurück. So, hier entlang. Ah, hier ist es. Ich liebe mal Vanura. Die Augen von Noctis sehen cool aus. Ich weiß nicht, ich weiß nicht, ich weiß nicht. Wir kommen beim Stehen, die wir zugekommen sind. Oh Gott. Wo soll man hier lang gehen? Da lang. Ganz klar. Gut zu wissen. Also, nach links. Glockenze. Glockenze. Habt ihr das gehört? Nichts da. Außer Schimmel. Oh, die hauen da rein. Ja, ich kann sie nicht ausstehen. Ich auch nicht. Das sieht gut aus. Auf ne schlechte Art. Seht euch besser vor. Da hab ich mich doch verschaut und hier soll kein item sein. Doch, dort. Warte schon eingesammelt? Ja, glaube schon. Da noch ist das. Da noch mal kurz links und wir zurück. Dann kann ich da nachholen. Gut. Ich muss ja mal kurz nachgucken. Ich glaube, ich hab hierhin gerade auch was geholt. Ja, gut. Hier hinter ist gleich die nächste Waffe. Theoretisch. Gut. Praktisch auch. Du warst links? Ja, links war's. Ich weiß eigentlich nicht ob er... Ne, links muss man nicht hin. Hier ist die Sackgasse. Whoa. Du hast es so schlapp. Schnapp etwas wie ein Monsterkull. Nehmt sich von nichts aus. Nehmt sich von nichts aus. Oh, je soll es sein. Oh... Okay. Ja. Du bist die Sackgasse. Das war's für heute.